Hallo liebe Two Point Krampus Freunde, hier sind wir wieder bei Two Point Krampus und wir probieren jetzt mal den neuen Herausforderungsmodus aus, Two Point Krampus, dann ist jetzt Weihnachten und zur Weihnachtszeit hat man bei Two Point auch immer wieder einen neuen Modus drin, zu Halloween habt man ja hier die beiden, das haben wir auch nicht so wirklich gut geschafft, würde ich sagen. Und jetzt aber versuchen wir es mal mit Two Point Krampus, das wird weihnachtlich und winterlich, wie man hier sieht, es geht hier auch um Geschenke und Liebe und Triebe wahrscheinlich, wir müssen jetzt zwei Jahre lang Geld sammeln, in dem wir Menschen glücklich machen und in Geisterfestigkeit von der Dämonischen Spaßbremse schützen, Two Point Krampus, das passt besser als dieser Name. Two Point Krampus gibt es am Bestes oder Schlimmstes, um das County seiner farbenfrohen Botschaften und liebevoll verpackten Gaben zu berauben. So ein Fiesling. Oh, alles ist, oh, es schneit, wie schön. Weihnachtlich. So gefällt uns das. Okay. Jetzt wissen wir schon mal, wo wir sind. Two Point Krampus. Die Studierenden und Dozenten tanzten froh und vergnügt auf dem Krampus, alle bis auf den Two Point Krampus. Das Hand ist sogar für die meisten, war dies die Zeit, um ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Der Krampus dagegen wollte nur eins, die Gaben mit lauten Knallen in die Luft jagen. Unmöglich hat er sich aus Eis und Schnee einmal ein Bein verrenkt und jemand hat ihm Jahr um Jahr das gleiche Paar Socken geschenkt. Also singe, solange du kannst und sei vergnügt, doch wisse, dass in der Nähe ein Monster auf der Lauer liegt. Okay. So, wir müssen zwei Jahre lang Geld sammeln, indem wir Menschen glücklich machen. Wir sind jetzt hier bei Gastronomie. Also wir sind hier mal wieder so, eigentlich fast am Anfang wieder angelandet. Dies ist ja ein Jahreszeit von der Magie, doch ein Teil dieser Magie ist düster, boshaft und bissig. Wir sind alles leid von uns, vom Krampus mit seinem schuppigen Gesicht und seinem sarkastischen Bemerkung und die Stimmung verderben zu lassen. Deshalb steuern wir alle etwas zu einem Geschenk bei, das bei ihm hoffentlich einen Gesinnungswandel zum Guten herbeiführt, sodass er uns endlich nicht mehr die Festtage ruiniert. Okay. So, dann direkt mal Pause machen. Wir müssen erst mal ein Grundstück kaufen, das heißt, wir haben jetzt hier noch gar nichts, wie es aussieht. So, können wir uns also dann aussuchen. Dann würde ich eher was hier, oder? Das wäre jetzt übersichtlicher. Vielleicht eher das hier. Nehmen wir mal das. Gebäude. Wo ist denn Gebäude? Ne, die lassen wir mal alle weg. Das kaufen wir mal. So. Schwupp. Sie sehen, ob wir dann noch alles dazu kaufen müssen, wenn wir hier treppen. So. Und da haben wir auch schon mal die erste Anforderung, die wir hier machen müssen. Wir brauchen eine herzhafte Küche, Vorlesungssagen und Gastronomiedozenten natürlich. Dann wollen wir doch mal anfangen. Wir brauchen jetzt erstmal natürlich Mauern. Im Kampusgebäude haben wir ja noch keins. Würde ich mal sagen, dass wir auch das komplett hier ausnutzen, wenn wir das schon haben. Äh, das sind doch die Ausgänge, oder? Was ist denn? Okay, obwohl das hier eine Treppe ist, wieder da nicht, dass wir dann Ausgang bauen. Dann gucken wir mal, wenn das hier fertig ist. Na gut, wir können dann hier das Grundstück nehmen. Wie der Ausgang ist ja dann eigentlich Blödsinn. Okay. So, das läuft. Gut, aber schon, dass wir hier, ähm, kommen wir hier, ähm, oh, das sieht mit aus. Verschneiter Campus, oder Verschneiter Campus, okay. Dann machen wir hier solche Wände. Wenn wir schon Weihnachtsthema haben, dann richtig. Aha. So. Okay, was haben wir hier noch, ähm, dann wollte ich nochmal gucken, kann man hier wirklich keinen anderen Ausgang? Zylinder-Quatsch. Zylinder-Quatsch. Aber hier ist ja auch ein Grundstück zu kaufen, da müssen wir doch auch hier einen Ausgang hin machen können. Ne, wieder nicht. Hm. Mal sehen, ob wir das hier ein bisschen austricksen können, das Ding. Wenn wir hier jetzt einen Ausgang hin machen, oder den hier, dann geht's. Nuti, siehst bescheuert, okay. Na gut, ist jetzt auch was. So, dann können wir jetzt mal weitermachen, wir brauchen eine herzhafte Küche. Herzhafte Küche, das klingt schon mal sehr gut. Sechs mal sechs, ähm. Dann brauchen wir noch eine Vorlesungssaal, okay. Das müssen wir auch noch hinbauen, dann machen wir mal hier, hier haben wir Platz. Schieben können wir das immer noch, das Ganze. So, hier unten, was man in der Küche braucht natürlich, einen ordentlichen Kessel. So, der uns hoffentlich nicht um die Ohren fliegt. Hier kann man auch eine kleine Tür machen. Aha. So, dann haben wir hier eine Kochstation, die wir noch einbauen können. Kulinarischer Kühlschrank, oje, das ist ja alles roh. Da ist es im Kühlschrank, oder? Da scheint noch was drin zu sein. Dann haben wir hier noch eine Rezeptstation. Eine Spülstation, spülen muss man natürlich auch als Koch. Und eine Hackstation, eine Scheibenwürfel. Ja, was weiß ich. Okay, dann machen wir hier noch ein Fenster rein. Ist das Poster Nahrungsgruppen? Das? Echt? Okay. Könnten wir hier noch so neben die Hackstation bauen oder so dazwischen. Jetzt haben wir hier schon mal Stufe 3. So, was haben wir hier noch? Ein Gewürzregal kann man auch immer gebrauchen. Zack. Brauchen wir hier eine Heizung? Ich glaube nicht, ne? Wir haben hier jetzt keinen... Doch, ja, wir haben eigentlich schon Winter, oder? Haben wir Winter? Ja, es schneit. Äh, dann werden wir wahrscheinlich auch eine Heizung brauchen. Hm. Mal gucken. Obwohl das Ding hier ein bisschen genug Wärme erzeugen. Äh, das sollte eigentlich gehen. Können wir hier noch so ein bisschen Küchenutensilien hinbauen. So. Dann hier in die Ecke passt ja das Ding eigentlich sehr gut, ne? So. Dann haben wir das schon mal. Hier, voll ausgestatteter Küche. Was wünscht man sich Besseres als das hier? Nichts doch hervorragend. Dann machen wir noch einen Vorlesungssaal. So. So, Klump, den haben wir auch. So, dann machen wir hier noch ein paar Lautsprecher links und rechts hin. Das ist das hier alles. Das Poster. Heizkörper. Kann man hier noch so schön platzieren. So. Die Dinger bringen ja 3% Lernvermögen, ne? Okay. So. Poster Campus. Du bist hier. Ah, damit die Leute auch wissen, wo sie sind. Ja, das ist immer wichtig. Gibt ja immer so ein paar Fürwerte. Äh, was haben wir hier? Verzeihung, aber ihr Handy brüllt. Poster Ton. Ähm, ja. Das ist... Sollte man überall aufhängen, sowas. Ja, komm, hier, ne? Bei der Vorlesung sollte man ja auch ruhig sein. So, zack. Dann haben wir hier auch ein 1a-Saal. Der hat jetzt plus 6 Lernvermögen. Kann man immer hier sehen. Und alles, was man noch zu sich einbaut, kann man sehen, wie viel das Lernvermögen dadurch steigt. So, wenn man das Pult upgradet oder so. So, da haben wir schon mal zwei essentielle Sachen gemacht. Dann müssen wir jetzt noch jemanden einstellen. Und zwar einen Dozenten. Da haben wir jetzt eine riesige Auswahl. Wie der Samantha oder Duane. Der ist zumindest sauber. Hat aber für hängständig Hunger. Ich weiß nicht, ob das in der Kochschule so gut ist. Und Toilettenkupfer sinkt langsamer als beim Durchschnitt. Okay. Der geht also auf eine eklige Toilette. Es schaut nach Regen aus. Ah, ja. Okay. Der hat schon mal 80% Kompetenz. Der auch. Oder sie. Lässt Müll fallen. Hat eine Stelle an der Blase. Ist flink. Von ihren Fehlern bestimmt. Öh. Gut, der hat immer Hunger. Das ist aber nicht so schlimm. Nehmen wir den. Ah, guck mal. Der hat ja so ein Weihnachtsmannkostüm an. Das ist ja lustig. Schneeball. Okay. Moment, wie sieht der aus? So, okay. Mr. Snowman. Können wir noch als kleiner Elfe rumlaufen lassen? Oder machen wir den Weihnachtsmann? Okay, alle Dozenten sind Weihnachtsmänner. Gut, dann machen wir das so. Hallo. Ja, äh. Hä? Wer ist? Hallo? Wer spricht da? Sorry. Ihr habt Radio Campus mit Maggie one morning. Dann brauchen wir noch einen Hausmeister. Ich weiß jetzt seit fünf Minuten, dass ich die heutige Show moderiere. Aber okay. Wird schon schief gehen. Ich hoffe. So, dann geben wir den Hausmeistern das fleißige Elfenkostüm hier. Das passt ja. Das passt ja zu dem auch. Aber das stört mich nicht im geringsten. Aber uns vielleicht. So, dann machen wir hier nochmal Mülleimer rein. Oh ja. Oh ja, hier brauchen wir natürlich auch einen in der Küche. Oh ja, hier brauchen wir natürlich auch einen in der Küche. Einen ganzen Müll, den wir da produzieren. Ich kann nie genug Müll einmal haben in dieser Geschichte hier. Mal gucken. Ja, wir brauchen wirklich Heizungen hier in dem Spiel jetzt. Okay. Dann machen wir hier noch einen auf den Gang. Dann brauchen wir draußen natürlich auch nochmal was. Hier im Außenbereich. Die Dinger sind billiger. Könnte ich denn die platzieren? Okay, hier wird es dann nicht. Okay, in dem Monat geht es nicht, dass wir die platzieren können. Gut. Oh ja. Eine Bank kann man platzieren hier, oder? Im Außenbereich. Okay, geht anscheinend gar nicht, hier im Außenbereich irgendwas zu platzieren. Interessant. Zählt wohl nicht dazu. Doch, hier können wir ein Ding hinbauen. Aha. Okay. So, und was hat das kleine Helfer hier? Jetzt sehe ich lustig aus. So, aber das reicht natürlich nicht für eine funktionierende Universität. Das Wichtigste ist immer das Klo. Das lassen wir uns mal so ein bisschen als Sozialbereich. Ne, warte mal. Das wollte ich gar nicht hier. Ich habe mich so klickt. Badezimmer. So. Dann bauen wir mal drei Kabinen rein, für den Andrang zwischendurch. Was ist hier? Was ist hier? Achso, der Müller hat mir das angequetscht. Naja. Ich kann mich auch hier reinbauen. So, und dann hier in diesem komischen Föhn. Und hier nochmal was für die Hygiene. Und eine kleine Heizung kann ich auch noch reinbauen, damit man sich nicht den Dings abfriert. So, hier gab es auch noch so ein komisches Poster, damit man sich richtig die Hände wascht oder so. Genau. Manche Leute brauchen das anscheinend. Habt man ja gemerkt in der Corona-Zeit. Manche Leute können die grundlegendsten hygienischen Dinge nicht. Keine Ahnung, wo die das lernen. Zuhause anscheinend nicht. So. Dann haben wir das auch. Nehmen wir noch ein Poster. Das passt aber nicht mehr hin. Schade. Dann könnte man das hier vielleicht noch auf vier kriegen. Jawohl. An Stufe vier Klo. Wer möchte sowas nicht? So. Hübsch geschmückt hier alles. Nachdem wir die Toiletten haben, brauchen wir nochmal eine Dusche, damit wir keine schmuddeligen Studenten haben. Und Lehrer. Davon mal abgesehen. So. Das ist aber dann noch einmal hier. Handtuch halt da hin. Komm ja auch nochmal ein Waschbecken und so ein Handföhnen hinbauen. Passt nicht mehr. Das ist die Tür im Weg. So. Könnte man da noch eine Kabine hinbauen? Ja. Geht. Gut. Dann auch nochmal eine kleine Heizung. Sie können dann den Hintern abfrieren. Wenn die irgendwo noch platziert kriegen. Also hier so neben der Waschbecken. Das ist sauerisch. So. Wunderbar. Dann haben wir das auch. Dann haben wir hier die Hygiene. Hier können wir auch ein bisschen was an den Wänden machen. Ziemlich kalt hier drin. Okay. Dann nehmen wir das. Das passt doch super. Ja. Wir haben ein bisschen Heizung. Jetzt stellt euch mal nicht an. Komm. Da hast du heißen Dusche. In einem eiskalten Raum. Was will da mehr? So. Das geht auch. Hervorragend. Hervorragend. Was können wir hier noch machen? Wände. Ups. Fußböden. Minzgrüne Tulpen. Holz. Okay. Finde ich ein bisschen schwierig zu reinigen. Das ist Standard. Na gut. Nehmen wir mal das. Finde ich nicht schlecht. Und für die Wände. Monokrotastisch. Unkraut. Meer. Das sieht komisch aus. Geschenkpapier. So. Wenn wir schon mal hier auf Weihnacht machen. Machen wir das. Geschenkpapier. Klo. Sehr schön. Dann haben wir das auch. So. Story geht's wohl um einen Schuppen. Mehr weiß ich auch nicht. Die Details erzählt uns gleich Hugh. So. Allerdings. Die Schuppen des Obergärtners scheint sich über Nacht um etwa zwei oder drei Meter bewegt zu haben. Ein großer Schock. Schließlich handelt es sich um ein unbelebtes Objekt. Ein Mitglied des Personals sagte, dies sei womöglich das sonderbarste, was in ganz Flemington je passiert ist. Die Theorien zur Ursache des Phänomens reichten von verzaubertem Holz bis zu tektonischer Verschiebung. Doch hat sich mittlerweile eine örtliche Studentenbewegung zu der Tat bekannt und folgende Stellungnahme abgegeben. Wir haben das Ding einfach versetzt. Ist ja nicht so schwer. Wir können es auch wieder zurück bewegen. Maggie, zurück zu dir. So. Ah, hier gibt es auch noch weihnachtliche Geländen. Cool. Können wir das hier noch richtig schmücken? Ich habe noch gar nicht gesehen hier. Guck mal. So ein Kranz kann man hier rein machen. Ja, dieses Ding habe ich gesucht. Okay. Das passt hier hin. Ne, noch nicht. Ne, gut. Da war halt hier was im Weg. Hier ist gut, dann machen wir es da hin. Was ist das? Ein Strumpf. Schön groß, damit viele Geschirrgien anpassen. Kann man ihn hinstellen, hinlegen. Das ist auch was für außen. Das ist der hier noch ein Grün. Interessant. Okay. Dann gucken, was unsere Lehrer hier so für die Freizeitbeschäftigung möchten. Oh, ein Weihnachtsteppich, ein Schneeflockenteppich. Der ist auch schön, aber der kostet ordentlich Knete. Ist das hier ein Ding? Kommando sitzt. Ich glaube, das ist aus dem neuen Science-Fiction-Level, den wir hier drin haben. So direkt neben dem Sessly-Heizung. Ich glaube, das mag der eine oder andere. So, und ein Tee-Tee. Ich kann mich nur noch rein. Genau. So, dann haben wir hier auch ein wunderbares Pausenzimmer. Ich würde hier schon mal die Mitarbeiter Tee trinken. So, und hier werden wir dann auch noch mal ein bisschen was verändern. Komm, dann machen wir hier sensationell. So, guck mal, die einzigen beiden Angestellten sind wir machen. Schon mal dringend Pause. Ja, der ist aber flott. So. Und der Kranz ist mit dem Kuchen, aber gut, vielleicht stört das keinen. Schmeckt ein bisschen grün. Also, der ist hier so hingehangen, ne, das Ding. Okay. Was haben wir denn noch hier so weihnachtliches? Wenn wir schon dabei sind. Gab es hier nicht auch so? Hier, was ist das? Das sind Kürbisgelände. Das hier, Schneedekoration. Schmeckt die Wand. Ah, okay. 3D-mäßig. Hm. Was haben wir hier? Auch ein kleiner Schneemann. Das ist ja süß. Der Dreck nimmt die Heizung, natürlich blöd. Aber ich hoffe, der schmilzt nicht so schnell. So. Der sieht so knuffig aus. Wir machen hier noch eine schöne festliche Gelände hin. So, das sieht aus. Wir brauchen ja auch Weihnachtsstimmung, oder nicht? So. Dann kriegen wir hier noch so einen Kranz hin. Klönk. Aber das ist als astronomische Spinne. Nee, sowas wollen wir nicht. Aufblasbare Renntiere. Renntiere. Rennen hier nicht, ne? Die Rinen. Äh. Okay. Das können wir, glaube ich, hier alles gar nicht platzieren, ne? Wenn wir den Außenbereich nicht haben. Okay. So. So, dann brauchen wir als nächstes noch Schlafzimmer für unsere Studenten. Die irgendwo pennen können. Richtig viel. Ja, wir haben ja jetzt noch nicht so viele hier. Dann gucken wir mal. Na gut, wir machen da einen. So, dann haben wir hier noch den Schreibtisch. Zack. Geht nach außen. Da kommt ein Fenster, machen wir rein. Und dann, wie es ein bisschen gelüftet wird hier in der Bude. Was ist das hier? Weltraumbett. Okay. Das ist, äh. Für den neuen Modus. So, ein Lauf-Two-Point. Ein bisschen ein hohes Level erreichen. Das ist diese Schlafsaal-Anschlagebrett-Geschichte. So, hier mal die kleinen Dinger für den Wecker zwischendurch, ne? Was ist der noch da hin? Nee. Kann man auch teilen stellen, ne? Passt ja noch vor das Bett. Na, wird ein bisschen eng. So, dann haben wir noch die Kommode. Die schmutzige Unterwäsche. Mülleimer ist auch immer gern gesehen. Wir haben ja nur lauter kleine Schmutzfinken hier. Der passt hier nicht mehr rein. Okay. Dann wollen wir den rausnehmen. Dann wird hier alles wieder voll müllen. Und noch so ein Teppich. Ist das Sternenwimpel? Die Sternenwimpel macht Mut. Okay, dann kommt die da hin. Äh, ja. Ne Heizung machen wir natürlich auch. Ob sich hier keiner was abfriert. Zack. Was ist das hier? Ja, das ist noch von Halloween übrig. Ein Schneeteppich. Kostet aber ordentlich. Ein Spind. Das ist auch eher ein Deko. Okay, lassen wir das. Äh, äh, was ist hier? Poster Gurkenpizza. Äh, okay. Was eklig ist. Gut, aber machen wir da hin. Den Gurkenpizza. So, dann haben wir das schon mal hier für Schlafräume gesorgt. So, dann können wir im Grunde starten, würde ich mal sagen. So, abgereden tun wir jetzt erstmal nicht, glaube ich. Nehmen das so, wie es ist. Dann geht's los. Wir vertrauen auf den Geist der Festlichkeit, um diese große Geschenke, die zu finanzieren, die vermutlich in einer Kastastrophe endet. Jedenfalls wird die Höhe der Geldbeiträgen der Studierenden und davon abhängig wie glücklich sie sind. Also, dann lass uns dafür sorgen, dass wir die festlichen Festtage aller Zeiten werden. Hier, mach unsere Studierenden glücklich. Sammlermassen auf Geld und beziehe den Krampus mit der Kraft und der Freundlichkeit. Eigentlich wie ein No-Brainer. Das wird wahrscheinlich in die Hose gehen. Okay. So, guck mal mal. Meine Mitbewohner hat sich eine tolle Gedächtnisstütze für mich ausgedacht, die leider so effektiv war, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wofür sie steht. Dekoriere meine Salamander nächtlich. Was jetzt? Sorry, Jessie. Aber ich lerne jetzt wieder allein. Schade. Was? Äh, okay. Komisch aus im Bruch ist das hier. Hier kannst du gar nichts platzieren, ne? Nicht mal einen Baum. Ah, da kommen ja unsere kleinen Wichtel hier. Das sind also unsere Studierenden. Marwin Turbo. Ich hoffe, ich bin jetzt wirklich schnell beim Lernen dann auch. Ist unterkühlt. Ja, okay. Wir haben in dem Bereich jetzt noch keine Heizung installiert. Okay. Gut, wenn die alle auch wie Wichtel aussehen, dann ist das natürlich blöd, wenn unser Hausmeister auch wie einer aussieht, oder? Dann können wir die nicht mehr unterscheiden. Tommy Husky. Das ist natürlich ein winterlicher Name. Okay, dann machen wir aus dem Herrn Ranzig. Nee, es riecht nicht so. Aber er heißt so. Das ist blöd, ne? Komm, dann machen wir da einen Schneeball draus. So, dann ist jetzt Mr. Snowball. Das sieht ein bisschen gruselig aus, aber, ja. Der Schneemann sieht süß aus, der gefällt mir schon mal. So, der Weihnachtsmann hier ist unser Lehrer. Okay. Da kleine Elfen hier rumlaufen. Das einmal alte Küchengeräte. Das ist ein Löffel. Oh, das ist ein sehr wichtiger Kurs. Vor allem für die Anfänger. So, die gucken sich schon mal ihre Betten an. Sehr schön. Oh, gefällt es euch? Hallo. Sie werden sich schon mal die Leute kennen. Sehr schön. Oh, der hat einen Sack von Geld gefunden. Oder was ist das das Spinat vom letzten Jahr, den man hier versteckt hat? Also habe ich das früher auch immer gemacht. Spinat, da habe ich alles gegessen. Das ist alles im Schrank. Wunsch nach Tanne. Wunsch nach Tanne. Ja, wenn wir uns die leisten können, auch die ist groß. Okay. Wuh. Okay. Den Bereich hier haben wir eben ein bisschen... So, jetzt haben wir auch unseren Weihnachtsbaum hier. Ist das nicht schön? So, jetzt hat er den Schrank aufgemacht. Oh Gott. Mach den wieder zu. Ist nicht gut, wenn man den aufmacht. Freunde. Nicht. Nein. Nicht da reingucken. Nicht da. Okay, ein Stück denn weniger. Oh, guck mal, der fühlt sich direkt. Aha, der ist glücklicher. Sehr schön. Da haben wir schon mal wieder was. Zufriedenheit erreicht. Sehr gut, sehr gut. Hier gab es auch noch was für diese Essens-Fuzzis. Was war denn das noch? Was die immer so happy gemacht hat? So ein Schild, meine ich. Dringendien. Reispflanze. Reisepflanze. Nee, das ist diese ganze Weltraum-Geschichte. Da können wir... Ah, hier dieses Chefkoch-Menü-Ding. So. Das passt ja eigentlich sehr gut. Hier zu dem Restaurant-Bereich. Hier, wo wir dann Studien machen. Okay. So, die sind schon dran. So, wie sieht denn Torte aus, Freunde? Schaut euch das genau an. So. Das dient der Unterhaltung. Das können wir auch gebrauchen. Alles, was Happy macht. Ballern wir mal jetzt hier richtig rein. Pfirsich-Stator. Okay. Ja, warum nicht? Wissen wir? Unabhängigkeit. Spaß. Wuhu. Präder. So, wir brauchen noch hier auch mal ein bisschen was Getränke hier. Das Hai in Freiheit. Und ein bisschen was zu essen. Und hier den Wasserspender für die Beziehung der Studenten. Wollte ich eigentlich hier hin machen. So. Und da wir hier eh ein bisschen Platz haben. Dann machen wir den da hin. Und hier haben wir eine Sitzbank hin. So, wie sieht es hier mit der Wärme aus? Okay, dann müssen wir noch eine Heizung hin. Dann ist es wieder zu viel an der Stelle. Ups. Nicht den Baum, die Heizung. Die Einschreibung ist jetzt offen für Gastronomie. Dann machen wir hier so hin. Ja, dann ist der Bereich abgedeckt. So gut. So, müssen jetzt schon wieder die Betten desinfiziert werden. Guck mal, da liegen hier einen kleinen Wichtel-Alinien-Bettchen drin. Wie schön. Wir haben schon wieder alles voll. Ja. Was ist der? Ach, wir brauchen eine Bibliothek. Klar. Oha, okay. Wir lernen sie gut aus. Wir brauchen eine Bibliothek. Die kosten uns natürlich ordentlich Knete. Okay, aber wir müssen unsere Studierenden glücklich machen. Upgraden können wir noch nicht. Dann mache ich nicht den Hausmeister für. Aber die finden sich schon mal alle happy. Allein durch den... Durch den Weihnachtsbaum hier. Das ist schon mal gut. Das Klo ist auch noch nicht vollgesaut. Das ist auch gut. Ja, manche seien sich einfach nicht. Oder sogar Bücher hier. Wahnsinn. So. Kein Schmutzfinken. Machen sich alles schön sauber hier. Also läuft... Oha, eine ganze Wichtelarmee läuft hier rum. Das ist ja lustig. Okay, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Knete. Dann können wir jetzt die Bibliothek bauen. Äh, 3x3. Können wir jetzt hier noch so dran flanschen. So, mal gucken. Wollen wir denn die Büchregale für essen? Empfehlung des Personals. Die machen wir mal da hin. Das passt noch da rein. Okay. Dann ist nochmal ein Standardregal. Zack. Was kommt da hin? Jetzt haben wir hier die Heizung ein bisschen blöd platziert. Aber gut. Ein bisschen Geld haben wir noch. Dann können wir noch so einen Computertisch hier hinbauen. So. Dann haben wir hier ein Bibliotheksanschlagsbrett. Da habe ich mir noch ein bisschen Platz lassen. Eigentlich für ein weiteres Bücherregal. Dann machen wir es da hin. Dann machen wir es da hin. Nicht, aber. Hier brauchen wir dann doch nochmal ein Heizkörper. Okay. So, dann muss ich auch gewarnt. Okay. Den Spruch höre ich am liebsten. So, okay. Wir müssen noch einen Assistenten einstellen. Ansonsten geht's erstmal. So, Personal. Ah, hier haben wir schon mal die Mandy Build. Hat auf jeden Fall schon mal Ausbildung. Das heißt, enthält Batterien. Okay. Will ich dich nicht hinterfragen. So. Guck mal, ich sag jetzt auch hier so als Weihnachtsmann bekleidet. Sehr schön. So, alle stürzen sich in die Bibliothek. Hervorragend, das finde ich doch schon mal geil. Die wollen alle lernen hier. Das finde ich sehr gut. Im letzten Modus wollte irgendwie keiner lernen, hatte ich das Gefühl. Die dringeln sich ja hier richtig in der Bibliothek. Ich glaube, die müssen noch was größer machen. So, Zufriedenheit 69%. Das sieht doch schon mal gut aus. Okay. Wir haben Minus. Wir haben ein Plus. Jetzt entscheidet euch doch mal. So. Gut, gut, gut. Wir sammeln Geld. Wir sind auf der richtigen, richtigen Fährte hier. Also, Geld durch glücklich. Was machen die mit diesem Bett? Ah, okay. Gut, ich würde mal sagen, es läuft. Was war das jetzt hier? Oh nein, das ist der Krampus. Was macht der? Tupon Krampus, Festtagsverderber. Wo auch immer festliche Freude und Jubelgesänge erklingen, werdet der Tupon Krampus zur Stelle sein, um den Vorsinn an Ende zu bereiten und den Feierenden mit seinem Geschrei die Freude zu verderben. Er lässt einfach nicht mit sich reden. Wünscht allen, die das Pech haben, ihn zu sehen, ein trübsinniges Fest. Oh mein Gott. Was macht der mit dem Abendkerl? Der sieht eh schon halb tot aus, aber der schläft wahrscheinlich mal wieder. Festtags-Malaise wird durch den Tupon Krampus verursacht. Oh. Also Festtags-Depressionen. Das heißt, wir brauchen ein Seelsorgezimmer. Oh, shit. Okay. Also, nächste Herausforderung. Wir brauchen Seelsorge. Oh, der ruft schon direkt am Psychiater. Naja. Gut, dann wissen wir jetzt, was wir machen müssen. Und ich fürchte, wir brauchen mal wieder Security wahrscheinlich. Mist. Wir haben den Krampus am Campus. Na gut, dann müssen wir am nächsten Mal gucken, wie es hier weitergeht. Bei Two-Point-Kampus. Äh. So esse ich auch immer. Und dann, äh, frohe Weihnachten und, äh, bye-bye. Oh, Mann. ё-Pön-Kampus. An-U-M-Kampus. Untertitelung des ZDF, 2020